Oh mein Gott. Danke, Leute. Wenn wir oben mal auf den Abo-Count gucken, ihr seht es schon. Wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Leute, ich danke euch so hardcore dafür. Vielen, vielen Dank. Es ging die letzten Tage richtig krass mit nach oben. Wenn wir uns das hier mal angucken. Hier. Wenn wir nach vorne gehen ein bisschen. Hier. Plus 11. Minus 6. Plus 15. Das waren diese Tage, wo ich angefangen habe zu Livestream. Und ich hatte real shock niemals gedacht, dass ich so eine krasse Resonanz auf meine Livestreams bekommen werde. Wir können ja mal machen. Wir gucken uns mal die Abos an seit Erstellung. Das war hier ja relativ lange. Dann ging es hier los. Und dann hier gegen September, wo die ersten Leistung kam. Der richtige Aufschwung. Ja. Ey, ich... Ey, Leute. Mir fehlen die Worte. Vor 3 Stunden habe ich noch angekündigt gehabt. Ey, wenn wir die 100 Abonnenten schaffen. Dann gibt es die Facecam. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es wirklich geschafft. Innerhalb von 2 Stunden. Oder so ungefähr. mich auf 100 Abonnenten zu bringen. Ich danke euch enormes dafür. Ich finde das... Euren Support so mega krass. Vielen, vielen Dank dafür. Für die letzten Wochen. Ich war zwischenzeitlich tatsächlich daran, zu überlegen, ob ich YouTube aufhören soll. Aber dann habe ich mir gleich angefangen. Und ihr habt mir gezeigt, dass dieser Kanal nicht stillgelegt ist. Dass dieser Kanal auch läuft. Dass ich die Videos nicht für niemanden mache, sondern für verschiedene Leute. Für teilweise 40, 50 Leute, die nach Aufruf zahlen. Ich finde das so krass. Auch der heutige Livestream, ey. Danke, 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 Leute. Ich bin euch so hardcore dankbar. Echt. Ich... Kuss geht raus an jeden, der mich abonniert hat. Der für diese riesige Zahl hier gesorgt hat. Plus 26 Abonnenten. Die in den letzten 28 Tagen die Aufrufe, naja, die... Na, grehen wir nicht drüber. Es kam aber auch in letzter Zeit sehr viel Müll bei. Raus. Aber wir sind schon wieder relativ weiter oben bei den Aufrufen. Ich danke euch. Ich kann es noch 3 Milliarden mal sagen. Aber ich danke euch so hardcore dafür. Für all das... Für all die ganz geilen Abonnenten. Für das, die mich auf YouTube gestärkt. Und... Ey, mir fehlen echt die Worte. Danke.